Ja, Moinsen zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Overwatch. Ja, wir machen halt wieder Brawl der Woche und das bedeutet, wir können halt nur bestimmte Helden jetzt auswählen, aus Defensiv-Helden. Und ja, wir nehmen mal Mai, oder Mei, so, und mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas geschissen kriegen mit ihr. Wir dürfen auch höchstens nur zweimal diesen Charakter wählen. Das heißt, zweimal Hanso, zweimal, aber nicht dreimal, ne? Drei, nicht erlaubt. Drei, nicht erlaubt. So, wir haben ein Eisblock, auf dem wir hoffen, dass er nicht Global Cooldown hat. Und mit E können wir Wände herstellen. So, Eiswand, Eiswand, yeah. Und was haben wir noch? Wir haben auf der linken Maustaste ein Eisstrahl, wo wir die Leute einfrieren können. Genauso wie mit der rechten Taste haben wir einen ordentlichen Eiszapfen, den wir abballern, ne? Bats, Bats, Bats. Und was haben wir noch? Unsere Ulti, das ist ein kleines, ein kleiner Gegenstand, den wir schmeißen. Und dort kommt eine riesengroße Eiffläche raus und können halt alle wirklich, also mehrere Leute gleichzeitig einfrieren. Und, ja, wir sehen mal, oder wir gucken mal, da springt schon ein Junkrat rum, was wir hier so reißen können. Wie das sich alles so abläuft bei Brawl der Woche, das erste Mal, ja, nicht eingespielt, wieder mal gucken, ob wir überhaupt was hinbekommen. So, wir stellen jetzt hier vorne als Schutz erstmal eine Wand auf, können uns genau hier ein bisschen durchschleichen, durchsneakern. Und da oben ist definitiv einer drin, mal gucken, ob wir noch rauskommt. Ansonsten gehen wir mal hier rum, da haben wir den Junkrat, da oben haben wir, hallo, hallo. So, das sind nur unsere Gegner. Da ist ein Torbjörn. Torbjörn, 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 Torbjörn. So, uh, da haben wir aber einen. So, erstmal weg hier mit dir, so. Da, oh, 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 okay, okay. Oh, da habe ich zu spät mal aufs Schiff gedrückt, da wollte ich gerade unseren Eisblock ziehen, aber ich glaube, der war auf Global Cooler und deswegen ging das nicht. Tja, mich trifft keine Schuld. So, ja, das hätte definitiv besser laufen können. So, Alter, beschießt mich nicht, was ist mit euch? Ich bin ein kleines Mädchen. Oh, 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 oh. Man hat auch keine Heiler, ne? So, kommen wir da oben, da ist gar keiner. Sehr gut. Was haben wir hier? Nice, dahin, dahin, dahin. Oh, fuck, ey, nein. Nein, diese Torbjörns, Alter, natürlich kann man hier fünf, sechs Torbjörns nehmen. Ach, nee, könnte man, könnte man, aber haben sie nicht. Geht ja auch nicht. Ho, 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 ho. So. Also, wir versuchen hier immer noch mit Mai, irgendein May. Oh, was ist mit Mai? Der Monat ist schon vorbei. Und jetzt haben wir die Mai, May. Ah, verdammt. Haha, jetzt habe ich meinen Rhyme verkackt. Oh, yeah. Mann, 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 ey. Ohne Spaß, Leute. Hier erstmal eine scheiß Wand hingestellt. Ich raste aus. So. Da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm, Mann? Nein, 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 nein. Oh, Eisblock. Juhu. Oh. Jetzt kommen wir raus. Wo ist er? Ja, genau links neben uns. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen anderen Helden. Wir kommen hier nicht voran mit Mai. Wir nehmen mal eine Sniper heute. So. Mal gucken, ob wir damit ein paar wegfokussen können. Also, ich habe richtig geile Sniper-Skills, Leute. Ich bin mal gespannt, ob man da irgendwie was reißen kann. So, wir machen jetzt erstmal hier unsere Mine hin. Ah, das ist... Ey, der Gator zu uns. Voll geil. Alter, wir sind durch. Oder was? Wir bleiben trotzdem mal ein bisschen weiter hinten. Da kommt eine Junkrat-Ult auf uns zu wahrscheinlich. Ich höre, sie doch schon rattert. Oh, fuck, 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 fuck. Ah. Nein. Was hat der dann versucht? Wollte der da echt rüber? BTF, guckt euch das an. Auf einmal war er da. Oh, da hat jemand meine Mine ausgelöst. Nice. So. Okay, wir gehen jetzt nochmal vernünftig vor. Wie es sich als Sniper gehört. Ich denke, immer da ist irgendwas. Aber das ist... Weil irgendwas kaputt ist an dem Teil. Oh, fuck. Da haben wir die Pack reingeschmissen. So. Nein, nein, nein. Erstmal Bewegung. So. Okay, das war einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Nein. Merde. Merde. Ja. Die ist halt scheiße. So. Kommen wir da irgendwie hoch? Wow. Fuck off, Alter. Wir sterben hier in der... Regelmäßig. Oh, fuck off. Scheiße. Ich bin richtig gut im Snipern. Habe ich das schon mal gesagt? Ach, komm, Alter. Wie schlecht ich doch bin, Mann. Ich bin richtig gut im Snipern. Nein. Ja. Doch, wir versuchen es nochmal. Ah, letztes mit dem... Oh, scheiß Hand zu. Hat er uns doch erwischt. Ey, wir kommen nicht voran, Mann. Nein. Junk Red. Ach, komm. Ach, bitte. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ich charge extra da oben hin. Um nicht... Vielleicht doch erwischt zu werden. Und da fährt er einfach lang. Oh. So. Machen wir mal. Äh, Ulti an. Vielleicht treffen wir dann ein bisschen was. Keine Ahnung. Okay, wir sind am Fahren. Ey, haben die mehr Leben? Oder kann ich echt nur nicht treffen? Oh, ich dachte, ich bin runtergeflogen. Ah, Mist, Leute. Haben wir verloren. Ich sage, wir machen mal die Rückrunde. Und gucken mal, ob wir da ein bisschen was reißen. Wir gucken uns jetzt nochmal natürlich das Video an. Das Highlight. Wahrscheinlich sind wir dabei, wie wir sterben. Elendig verrecken. Oh, da nicht. Doch, da stehe ich, glaube ich, oder? Nee. Gar nicht mal. Nice. Oh, doch, da. Da stand ich. Aber wir haben ihn. Hihi, hi, hi, hi. So. Gehen wir nochmal. Nein. Äh, kriegst du nicht. Aber unseren Junkrat. Und... Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So. Und da sind wir wieder. Und ich sehe gerade, wir haben zu viele Spieler. Geil. 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 So. Geht hier auch irgendwann mal was? Geht hier auch was? Äh, putschau. Ich mach dich kaputt, äh. Ich mach dich kaputt. Bam. Oh, ein Igel. Ein Igel. Hallo. Oh. Okay. So. Verteidigung, Leute. Es geht los. Ahu. Wir nehmen natürlich Torbjörn. 100%. 100%. Leute. Denn... Ich muss nicht selber schießen. Ich hab ein Geschütz, was das für mich... Ich fühle mich erledigt und dann bin ich glücklich. Voll geil. Oh, wir haben keine Sniper-Eule. Hier, Maxter. Wechsel mal auf Widowmaker. Bitte. Ich hab doch Held ausgewählt. Was ist denn jetzt los? Ach so. Ja, wir sollten auch mal auf die Zeiten achten, ne? Okay, weiter geht's. Ja, so sieht's aus, mein Besser. So, wir sagen erst mal allen Hallo. Ahoy, Matrosen. Lasst sie Kiel holen. Ahahaha. Was haben wir denn da? Kann man das kaputt machen? Nö, schade. Okay, gut. Wir gehen hier oben auf die erhöhte Position, definitiv. um einfach ein bisschen besseren Überblick zu haben und, äh, dass ich überhaupt was treffe. Haha. So, wir schützen damit den Gang. Machen wir hier hin. Komm, wir setzen das hier hin. Und dann sehen wir mal, was passiert. Will überhaupt etwas reißen? Hä? Genau, unsere Liebe. Gut, auf los geht's los. Äh, Torbjörn brauche ich halt nichts großartig mehr zu erklären eigentlich. Haben wir ja schon öfters mal gesehen bei mir, dass ich den gerne spiele. Okay. Jawoll, da ist der erste weg. Nice. Dank. Oh, oh, fickt euch. Nix, 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 nix. Das tue ich mir nicht an. So, wir haben schon mal einen. Unser Geschütz hat, äh, einen angeschossen, der ist runtergefallen anscheinend. Auch gut. Gefällt mir. Kann so bleiben. Hey, du nimmst mir meine... Oh, na, ist das Winomaker. Bap, 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 bap. So, können wir hier noch ein bisschen was reißen? Erstmal ein bisschen ballern. Oh, 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 da fliege ich schon wieder runter. Na los, ah, da ist er. Der Junkrat. Barz, Barz, Barz. Schade, das kriegen wir nicht. Boah, fast. Ey, Digga, pass mal auf. Oh, das ist voll nicht korrekt. Ja. Da haben wir sie. Und Ulti gezündet. Bam. Na, haben wir noch einen? Da ist Hansu. Kann man nicht, okay. Äh, auch kein Problem. Oh, oh. Gut, wir brauchen unbedingt Leben irgendwie, irgendwoher. Da müssten wir nach unten gehen, ist auch scheiße. May hat sich wieder ein Eisblock gewagt, ey. Okay, ich fasse es nicht. Hallo. Nice, Mann. Geil, Mann. So, kommt ran. So, kommt ran. Was ist mit euch? Oh. Oh, nice. Ich liebe dich, Geschütz. Mwah. Bist's best, Geschütz ever. Oh, nein. Ach, Geschützi. Geschütz hätte mich eigentlich immer mehr helfen sollen. Verdammt, Mann. Oh, der. Oh, das ist doch fies. Wenn man... Ja. Idiot, ey. Scheiße. Das meine ich zu mir. Ganz ehrlich. Unser Geschütz ist auch down. Schade. Denn das Geschütz bleibt eigentlich normalerweise am Leben, solange wir... Äh, auch wenn wir tot sind. Aber... Tja, haben sie weggefokust. Ist kein Problem für uns. Wir stellen einfach ein neues hier um die Kurve. Ähm. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Können wir das hier hinstellen? Irgendwo? Da? Und hoffe mal, dass wir... Ja, Jack... Oh. Wow. So. Hiho. Tot, 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 tot. Hiho. Hiho, hiho, hiho. Oh, ein Schutzeschild. Wir geben uns auf jeden Fall ein Schutzeschild. Nein. Oh. Leute. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn, dass ich ihn jetzt leider nicht nehmen kann. Schade. Ne, wir bleiben einfach bei Torbjörn. Ist das Kacke. Was bleibst du hier hinten stehen? Achso, der weiß noch nicht, was er nehmen will. Äh. Finde ich auch gut. Ja. Schade. Oh Mann. Ist das nervig, oder? Ist das nervig. Unser Geschütz ist auch down. Ähm. Wo sind sie ungefähr? Dort. Auf der Höhe. Gut. Bauen wir unser Geschütz hin. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht abgemurkst. Da ist doch eine Sniper-Eule. Ja, genau. So. Multi gezündet. Attacke. Na, wo ist die Sniper-Eule? Da hinten ist sie weg. Widow-Maker. Ja, genau. Als ob, May. Schön weiter ballern. Jawollo. So, und runter. Ein paar Geschütz-Digger, äh. Ein paar Schrott-Sachen einsammeln. Denn, hier, Digga. Da können wir nämlich ein bisschen unterstützend wirken. Wow, 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 wow. Äh. Boah. Aber wir haben auf jeden Fall einen getroffen. Nice. Boah, da ist ein Bestchen. Da ist ein Bestchen. WTF. So, wir bauen hier unten ein neues Geschütz hin. Das ist die Ulti von May. Ähm. Friert halt mehrere Leute gleichzeitig ein. Mega fies. Auf jeden Fall. Oh, oh. Hand zu Ult. Oh, nein. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh, verdammt. Aber unser Geschütz ballert noch. Hoffentlich kriegen wir noch ein oder zwei. Ähm. Ist halt das Hinterhältige, ne? Ja, Mist. Da habe ich mich zu weit vorbewegt. Dabei, dass der, äh. Spawnpunkt von dem natürlich nach vorne gesetzt wurde, als sie, äh, den Punkt eingenommen haben. Und ja. Selbst schuld, würde ich mal so sagen. Pech gehabt. Also auch immer darauf achten. Das ist ja das immer, ah, als Torbjörn, da wage ich mich so gerne nach vorne, auch ein bisschen mitzumischen. Aber ist meistens das falsche. Also das falsche Vorgehen von Torbjörn. Ähm. Ja. Weiß ich nicht. So. Wir werden jetzt hier unser Geschütz hinstellen. Wir werden nämlich früher oder später. Da ist es doch schon der erste. So. Zweite Position. Aha. Best schon. Da kriegen wir dich. Ja. Lauf da lang. Lauf da lang. Da kriegen wir dich. Nein. Nein, nein, nein. Nicht sowas. Ach, scheiße. Wieso hat der denn... Ah, Leute. Scheiße. Ja, da bin ich halt ein bisschen... Ah. Ich will da vorne. Ich will die kaputt machen. Falsche Klasse dafür. Ich sollte mal nach meiner Klasse auch spielen. So wie sie auch. Oh, Chichi. Die Frau von Son Goku. Oh. Wie süß. Noch 60 Sekunden. Und die stehen genau da vor. Oder ist das behindert? Wir stellen schnell... Eingeschützt Sturm. Komm, mal gucken, ob wir das auch noch hinkriegen. So. Komm, 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 komm. Bam. Und Ulti. Und jetzt rein. Nein. Komm, geh kaputt. Scheiße. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, die kommen jetzt hier raus, ne? Was? Wow. Shit, Leute, Alter. Richtig schlecht. Oh. Was? Die hat gleichzeitig das Ding und uns kaputt gemacht? Das habe ich aber noch nie gesehen. Na ja, gut. Was wollen wir mal machen? Bin ich mit explodiert? Wir gehen hier hoch. Ey, es kann doch nicht sein, dass die schon da sind. Oh Gott, sind wir schlecht. Aber gut. Was sollen wir machen? Wir müssen uns jetzt irgendwie aufbauen, dass wir hier irgendwas zurückhalten können. Na, los, komm. Jetzt, oh, jetzt kriegt es schon aufs Maul. Nochmal, komm. Ein. Oh, mit einem Schuss, was ist denn hier los? Das hatte volle Leben. 150 Leben. Kann doch nicht einfach mal so weggeballert werden. Zwei. Und der letzte. So. Jetzt kommt... Ah, jetzt bleiben wir hier hinten. Wir bleiben hier hinten und passen auf unsere Sachen auch auf. Naja, kommt, ey. Scheiß Eisblockkacke. Da hinten ist die Sniper-Eule. Kommen wir nicht hin. Müssten wir aber eigentlich. Ja, eben. So, ja, ja. Nein! Nein, du scheiß Plattform! Ein Hanzo! Oh, oh. Wo geht's hin? Okay, wir bleiben hier oben. Safe. Komm, da ist die Mei. Lad nach, lad nach. Ja, da ist sie weg. So. Mist, verdammt. Da ist noch ein Bässchen. Scheiße, 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 scheiße. Wo, 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 wo. Aha, okay. Oh, oh. Junk Red Ult. Wir holen uns mal ein paar Leben. Okay. Kein Problem. Ich stelle direkt ein neues hin für euch. Komm. Noch zwei, eins, zwei. Alter! Das ist nicht euer Ernst. Komm, komm, komm. Ich bau dich wieder auf, Digga. Nur durch dich gewinnen wir. Nein! Oh! Habe ich zu lange gebraucht, um zu fokussen, wo ich hinschießen muss. Scheiße. Das liegt mir noch nicht so. Oh. Oh, wir haben gewonnen. Yeah, nice. Ey, schön. Eine Niederlage, ein Sieg. Alles gut, würde ich mal so sagen. Kann man mitleben. GG, meine Beste. Hä, 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 hä. So, Hanzer. War wahrscheinlich seine Ulti, oder? Ne, gar nicht. Cool. Oh, schick. Ja. Nicht zu verachten, dieser Schuss. Äh, wo sich der Pfeil dann aufsplittet. Oh, geil, geil, geil. Cool gemacht. Äh, kriegst du auch einen Punkt, wenn du da bist. Bist du das? Scheiße, wir hatten zwei, ne? Ne, GG. Aber, nichtsdestotrotz, du kommst einen Punkt. Ich brauche keinen, Leute. Ich war nicht, äh, auf der Höhe. Von daher, wir bewerten das Spiel nochmal so. Und, äh, ja, sage danke fürs Zuschauen. Und, ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen fitter und ein bisschen besser drauf. Also, Leute, macht's gut. Bis bald.